Du, ich und alle 8 Milliarden Menschen auf der Welt tun es. Jeden Tag. Wir alle müssen auf die Toilette. Als Filmemacher, der sich mit Umweltthemen beschäftigt, bin ich neugierig geworden. Wo landen unsere Kackwürste eigentlich am Ende? Und was passiert mit den Schwermetallen und anderen Giftstoffen? Sind sie noch im Klärschlamm? Die Wunderschlammung kam von sledgebreden. Die CDC-Fraktion hat uns eine E-Mail gesagt, dass wir nicht die Wasser, die Milch oder die Fleisch essen wollen. . Poisoning our land will have a greater human toll. It comes down to money and politics. Using human manure is a solution. This proves it's possible to make shit into soil. It's already remarkable that this was just a few weeks. Poisoning is in abundance, which is actually wasted up to now. Africa is going down if we don't adopt such ideas of the compost. Let's put the poop back into the loop. Let's start a toilet revolution. . . . . . . . .